Der macht keinen Locker! Nein, aber die Witzel müssen wir ausgerechnet, dass solche Jungs hier noch unter Sauber rennen. Wenn es wenigstens ohne war und es nicht schon ohne war. Nein, ohne schon bist du kein Arsch. Hier, du bist mein Freund. Du bist mein Freund? Ja. Ach, deshalb hast du mich gerade geküsst? Ja, soll ich dir gar nicht mehr geküsst? Nein, ich glaub's dir schon. Ich glaub's dir schon. Bläck mich schon wohl, aber ja. Wo bist du schon, du? Warum hast du dir überhaupt noch hergebracht? Ja, so mein Lungs, dir und dir fahrt mir nur an meiner Trophäe, sorry. Denk du, Bläder. Den ist schon gescheitert zum Kleider in das Krankenhaus. Was? Sie können mir gar nicht in die Kugel reden. Sie können mir meinen, Staatssekretär von Schwingen. Staatssekretär? Ja. Ja. Der Minister hat seinen Staatssekretär gefeuert, weil er seine Frau so haus gemacht hat und dass er mit ihm auf und davon ist. Sehr schön. Sehr gut. Jetzt muss ich aber meinen Schnaps übernommen. Herr Klopfer, wie stehen Sie eigentlich zur gleichgeschlechtlichen Ehe? Ein wichtiges Thema in unserer Partei. Ja, ich weiß schon, das ist delikat. Aber trotzdem, wie stehen Sie dazu und trock sofort bist du bei ihm verwandeltem Haus, nicht wahr? Ja. 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 und ich, Marcelle. So, wenn ich das jetzt recht verstanden hätte, dann bin ich jetzt da nachher. Doch. Ja, ganz verkleid bin ich noch mit. Maria, erklär dich, du meine... So, jetzt bin ich auf. Klöteneier auf den Flodeln, auf den Blut. Der erste Gang krönt ein Eier an gefrorenem Daumenblut. Ja, wir sind das. Alles haben wir auf der Kamera da oben geholst. Und außerdem, schon sein Sohn als Haffe und seine Frau, der hat ein schlechter schwarzes Kind. Nein, lieber Gott. Ja, und der Bartler, Herr Minister, der ist auch nicht ganz so. Der war zuerst bei der Luna pur und dann war ein Schweinezüchter. Das sind ja Abgründe. Und Herr Minister, saufen, saufen tut der Hund auch. Na gut, das ist politisch kein Widerungsgrund. Aber wenn ich auch nicht einmal das Sohn der Färfer klopfe, es tut mir ausgesprochen leid. So, jetzt bin ich hier immer wieder auf. Ich bin hier über in der Färfer klopfe. bei der Weimar der Mäcke, jetzt ist das meine Zeit, ich bin im Ingenieur verraten, Und dann wäre es da, ich bin hierher und ich bin hierher, ich bin hierher, Vielen Dank.